Herzlich willkommen in Aufsess beim Brauerei-Gasthof Rotenbach. Der Gasthof entwickelte sich über sechs Generationen aus dem einstigen Wirtsgütlein, das Jean Rotenbach 1823 kaufte. Heute steht der Gasthof für fränkische Spezialitäten und hochwertigen Biergenuss. Der vor wenigen Jahren renovierte Gasthof verfügt über 18 liebevoll ausgestattete Gästezimmer. Unsere Gäste genießen die vielfältigen Angebote, die sich hier in zentraler Lage zwischen Bamberg und Bayreuth in der Fränkischen Schweiz bieten. Wandern, radeln, baden, Kanufahren, Tropfsteinhöhlen erkunden oder einfach mal entspannen. Die Fränkische Schweiz bietet ein buntes Potpourri an Freizeitaktivitäten für jeden Geschmack. Und mittendrin liegt unser gemütlicher Brauerei-Gasthof. Unser Gasthof steht für Spezialitäten wie Bierkrustenbraten, Melzersteak und frischem Fisch aus heimischen Gewässern. Für Feinschmecker und Genießer bieten wir auch mehrgängige Menüs mit begleitenden Bieren an. Wir arbeiten mit hochwertigen Rohstoffen aus der Region, selbst die Marmeladen zum Frühstück kochen wir selber ein. Regelmäßige Highlights sind die Kleinkunsttheater- und Bierkrimi-Dinner im Brauerei-Gasthof. Besonders beliebt ist unser Gasthof auch bei Firmen, die für ihre Tagungen und andere Veranstaltungen regelmäßig nach Aufsess kommen. Wir haben flexible Räume für 10 bis 80 Personen, natürlich mit modernster Ausstattung. Schalander und Tenne sind zudem ideale Orte für Familien- und Firmenfeiern. Neben den fränkischen Spezialitäten steht auch das hausgebraute Bier im Vordergrund. Als einer der ersten Biersommeliers der Region bietet Ernst Rotenbach bei Brauereiführungen und Bierseminaren genussvolle Einblicke in die Bierwelt. Klar, dass das frische Aufsesserbier auch zu den wichtigsten Zutaten in der Küche des Hauses zählt. An sommerlichen Tagen lockt unser Schattiger Biergarten direkt an der Aufsess gelegen. Kinder finden dabei, auf dem hauseigenen und gut einsehbaren Spielplatz jede Menge Gelegenheit nach Herzenslust zu spielen.